was geht ab leutz willkommen zurück zu einem neuen video bei mir auf dem kanal heute geht es darum was sind engravings so bekomme ich die her wofür werden die genutzt und so weiter und so fort ganz viele leute fragen mich in den streams immer woher bekommt man die bücher wofür sind bücher was sind engravings und ja mit dem video möchte ich gerne darauf eingehen so zuallererst was sind engravings engravings sind zusätzliche passive fähigkeiten die euren charakter definieren zum einen habt ihr die möglichkeit gehen wir jetzt von meinem paladin aus ja ohne ohne meine engravings würde der paladin viel weniger supporter sein als er eigentlich ist meine engravings die ich jetzt gerade ausgerüstet haben erhöhen meine schilde und mein healing verringern die cooldown meiner awakening fähigkeit und erhöhen bzw geben meiner meiner identity also meiner blast aura zusätzliche fähigkeiten ja das heißt ich reduziere nicht nur also ich normalerweise erhöht mein x den damage um zehn prozent für die gruppe die innerhalb des bereiches ist mit healing faith habe ich die möglichkeit konstanten healing rauszuhauen ja zwei prozent von der von deren maximum hp über 1 also alle 1,5 sekunden bekommen die zwei prozent von ihrer maximum hp geheilt und sie bekommen 20 prozent weniger schaden das würde komplett wegfallen wenn ich das dann graving nicht hätte so nur damit ihr versteht was engravings grundsätzlich machen die verstärken und definieren euren charakter das heißt spielt ihr einen damage dealer ohne engravings macht ihr signifikant weniger schaden als ein damage dealer mit den engravings mit den richtigen engravings ja jetzt grundsätzlich was sind engravings und wo bekommt man die her engravings habe ich ja schon gesagt sind passive fähigkeiten wenn ihr alt i drückt ich spiele gerade auf dem russischen server deswegen wundert euch nicht habt ihr hier ganz ganz viele combat engravings ja das sind engravings die kann jeder charakter ausrüsten bzw diese engravings kann jeder charakter benutzen dann gibt es noch die class spezifischen engravings da gibt es immer zwei pro charakter das heißt mein paladin hat jetzt masterfenster und healing faith aber für alle anderen klassen gibt es noch viel viel mehr also jede klasse hat zwei class spezifische ich kann zum beispiel auch nicht etwas von einer anderen klasse nehmen obwohl ich es gelernt habe ja so viel dazu wie wie und woher bekommt man diese class engravings und wie kann man die steigern so zuallererst class engravings definieren sich über punkte beziehungsweise allgemeine die engravings definieren sich über punkte ich packe mal meine beiden engravings raus so jetzt habe ich die beiden die beiden slots bekommt ihr mit level 50 frei und dort könnt ihr dann zwei engravings auswählen aber zuallererst ihr seht wenn ich jetzt über ein engraving gehe sagen wir etaboy dort steht level 1 und in klammern fünf punkte um ein engraving auf level 1 freizuschalten braucht ihr fünf punkte fünf dieser kleinen blauen punkte jetzt habe ich gerade bei unyielding drei punkte das heißt das class engraving ist nicht aktiv ja bei healing faith habe ich jetzt gerade sieben punkte drin das heißt level 1 ist aktiv level 2 noch nicht weil mir da drei punkte fehlen so ihr braucht für level 1 fünf punkte des engravings für level 2 10 punkte und für level 3 brauchte 15 punkte das maximale ihr könnt aber über diese 15 punkte hinaus wie er gerade bei meinem awakening seht ich habe 16 punkte 15 punkte ist das maximum und einer geht darüber hinaus er warnt euch ihr habt einen punkt zu viel deswegen kommt oben das ausrufezeichen ja ganz wichtig sorry ich bin ein bisschen verschnupft ja so woher bekommen wir diese punkte zum einen haben wir die möglichkeit bücher zu lesen bücher sind die bücher sind in vier verschiedenen raritätsstufen eingeteilt ihr habt einmal kommen dann habt ihr rare dann habt ihr epic und legendary also grün blau lila und orange ihr habt nicht die möglichkeit orange zu lesen und damit alle vorherigen stufen zu skippen ihr müsst erst grün lesen dann müsste blau lesen dann lila und dann orange je höher ihr geht desto mehr punkte bekommt ihr mit dem engraving ihr seht jetzt gerade zb bei mir hier ganz oft steht hier 0 von 20 0 von 20 0 von 20 das heißt ihr müsst 20 grüne bücher lesen damit ihr die erste stufe freischaltet dann dann ist diese freigeschaltet ihr könnt diese auswählen ja ihr könnt ihr ausrüsten etaboy ist jetzt auf stufe 1 ich habe 20 grüne bücher gelesen ich gehe auf mein equipment slot ganz wichtig erst mit level 50 werden diese beiden slots frei ihr seht jetzt gerade ich habe kein etaboy ausgerüstet nichts keinen positiven wert an etaboy ich will den ersten aus ich bekomme drei punkte ich will den zweiten aus ich bekomme sechs punkte bin damit auf der ersten stufe habe level 1 abgeschlossen weil ich sechs punkte habe wir gucken etaboy hat sechs punkte wir sind bei level 1 beim etaboy ist auf level 1 zack so jetzt wollen wir die nächste höhere stufe erreichen wir lesen 20 blaue bücher von dem jeweiligen skill und bekommen sechs punkte gehen wir mal davon aus dass das hier etaboy wieder ist ja supercharge haben wir jetzt stufe 1 gelesen stufe 2 gelesen ich ziehe supercharge bei bei dem ersten schon rein bekommen sechs punkte und noch mal bekommt zwölf punkte somit haben wir stufe 2 abgeschlossen wir haben supercharge auf stufe 2 da zehn punkte erreicht wurden und für stufe drei brauchen wir 15 punkte die haben wir noch nicht und dasselbe auf der nächsten stufe wäre es dann wir lesen 20 lila bücher haben da somit healing faith zum beispiel gelesen wobei healing faith nicht gut ist weil ich das auf meinen regen und so noch habe gehen wir auf precision dagger ja ich habe zwei mal neun punkte sind 18 punkte somit komme ich auf 15 plus drei punkte wir gehen auf engravings wir schauen uns das an wir sind bei 15 punkten plus drei weil wir drei zu viel haben 19 18 das heißt ich habe das maximale erreicht ja wir haben den höchsten wert erreicht aber wir haben drei punkte verschwendet das ist auch das ziel im late game die die maximale punktzeit zu erreichen ohne punkte zu verschwenden also so viele engravings wie möglich aktiv zu haben die euren charakter definieren jetzt fragt euch bestimmt woher bekommt man punkte abgesehen von den büchern die nächste höhere stufe wäre by the way 12 punkte wenn wir sehen wir ganz unten 20 legendary bücher der jeweiligen art lesen ja so so viel zu dem verständnis das sind die bücher ja ihr müsst immer 20 bücher der jeweiligen art lesen vorher funktioniert das nicht ihr seht zum beispiel ich habe grudge erst 19 von 20 mal gelesen das heißt das buch ist noch nicht aktiv bzw das engraving ist noch nicht aktiv und dann müsste ich 20 blau und so weiter lesen ganz ganz wichtig anders bekommt ihr die diese engravings und diese engraving slots nicht jetzt habt ihr die möglichkeit ich habe zum beispiel hinweg und ich habe specialist ja das sind meine beiden haupt dinge die ich haben möchte die die funktionieren sehr sehr gut woher bekomme ich die anderen punkte über zuallererst über euren stein wir sehen könnt dieser stein gibt mir plus acht awakening und plus sechs specialist ja er gibt mir aber auch plus drei slowness auf diesem equipment also alles was hier rechts ist kann euch auch negative equipment geben beziehungsweise negative engravings das heißt wenn ich jetzt zum beispiel wear fall hätte dann würde ich fünf prozent defense verlieren ja oder hätte ich slowness fall würde ich movement speed reduzieren von mir selber man versucht die punkte so vernünftig einzuteilen durch equipment und und durch durch die engravings und so weiter und so fort also durch die bücher durch das equipment dass man nur positive effekte hat ja und keine negativen effekte und dann am besten so optimal wie möglich das hier ist zum beispiel suboptimal weil ich fünf punkte zu viel habe diese fünf punkte könnte ich anders verteilen ich habe aber auf ringen zum beispiel specialist drauf ich könnte diese beiden ringe rausnehmen und ich hätte specialist immer noch voll aber ich würde jetzt andere dinge verlieren deswegen kann ich das aktuell nicht machen ich müsste wieder komplett neu equipment suchen und so weiter und so fort im groben und ganzen sei gesagt engravings sind super late game aber ihr könnt schon im early game anfangen nach engravings zu sortieren beziehungsweise bücher zu lesen und schon mal vorzubereiten ganz ganz wichtig ja schmeißt keine bücher weg es gibt genug bücher die nichts wert sind zum beispiel vital attack oder wir haben zum beispiel gladiator ist auch so gut wie nichts wert aktuell weil die sehr sehr schwach sind und nicht genutzt werden lest diese bücher trotzdem und behaltet diese bücher trotzdem weil es kann immer mal wieder balance patch kommen und dann kommen diese engravings nach vorne und ihr ärgert euch dass ihr die weggeschmissen habt oder nicht gelesen habt und so weiter und so fort ganz ganz wichtig behaltet diese bücher bestes beispiel ist madness von berserker war vor vor dem letzten patch ja nicht so gut wie er jetzt ist weil jetzt ist der madness bär sie das nonplusultra an einem bär sie bild nur ganz wichtig woher bekommt ihr diese bücher also ganz wichtig lest alle bücher versucht alle engravings auf max zu bekommen ich spiele jetzt gerade den russischen server nur suboptimal vor dem europäischen server einfach nur dinge zu lernen ja also nehmt euch hier an kein beispiel lest alle bücher ihr seht sobald ich irgendwie ein vernünftiges buch sehe lese ich das auch woher bekommt ihr diese bücher einer der haupt 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 orte wo ihr es her bekommt werden eure void dungeons sein eure abyss dungeons aktuell ist es so jeder run den ihr macht also jeder run gibt euch safe zu 100 prozent zwei bücher sowohl ein class engraving random und ein normales combat engraving random also ein buch jeweils das kann auch noch mal entweder grün oder blau sein zum beispiel bei den ersten stufen ja so ganz wichtig wenn wir auf dem europäischen server starten gibt es nur bis zu blaue bücher das heißt stufe 1 und stufe 2 bücher mehr gibt es da noch nicht weil wir t1 sind wir werden nur diese beiden dungeons haben und es kann sein dass sich die anzahl der der runs die ihr machen könnt verändert die wollen wohl von drei auf einen run pro woche pro charakter gehen was nicht schlimm ist genau das ist auch noch etwas wichtiges wenn ihr mit mehreren charakteren wenn ihr mehrere charaktere habt ja könnt ihr diese dungeons mehrfach laufen das heißt ich laufe die jetzt mit meinem paladin die sind fertig habt die bücher bekommen die ich bekommen wollte jetzt switche ich um auf meinen nächsten charakter und lauft diese diese dungeons noch mal um noch mal bücher zu bekommen so das wird euer haupt dingen sein um bücher zu bekommen zudem gibt es noch ganz viele unterschiedliche eigentlich kann man aus jedem mode hat man die möglichkeit bücher zu bekommen also wir gehen jetzt auf northburn und ihr habt hier auch wieder die möglichkeit bücher rauszubekommen ihr geht zu macht guardian dungeons ihr habt hier auch wieder die möglichkeit bücher zu bekommen ihr lauft euren ersten tower ja auch da könnt ihr bücher bekommen ihr lauft ihr schließt irgendwelche inseln ab dort bekommt ihr auch bücher her so ihr habt unendlich viele möglichkeiten bücher zu bekommen nutzt diese möglichkeiten ganz ganz wichtig für t1 ja ihr werdet da gehe ich später darauf ein glaube ich so ich glaube das ist erstmal so zum grundverständnis engravings definieren euren charakter mehr als er sowieso schon definiert wird durch durch skills etc pp ja woher bekommt ihr engravings durch schmuck durch ability stones und durch bücher wie woher bekommt ihr diese bücher aus so gut wie jedem format in diesem spiel das heißt aus jedem dungeon aus jedem raid könnt ihr bücher bekommen aber hauptsächlich bekommt ihr diese durch dingens durch die void dungeons ganz wichtig ganz wichtig was machen engravings die geben euch punkte also diese bücher engravings geben euch punkte je höher ihr die bücher gelesen habt desto mehr punkte bekommt ihr ihr müsst punkte zusammenfügen bis zu einem wert von 15 um ein engraving auf maximal zu ziehen ja ganz wichtig auf 15 dann maximal um die maximale um die maximale kraft des engravings zu bekommen ganz wichtig wenn hierzu noch fragen sind schreibt diese bitte in die kommentare und wenn ihr bock habt schaut gerne bei den anderen videos vorbei ich werde mal gucken dass ich ein paar guides mache zu den einzelnen videos ich hoffe ich konnte euch helfen wenn nicht tut mir das leid wenn doch ja sehen wir uns im nächsten video vielen dank fürs zusehen wir hören uns beim nächsten mal haut rein